Okay, stimmt, wir haben ja so super Kräfte, dass wir unsere Zeit ein bisschen manipulieren können. Das Ganze macht es natürlich wesentlich einfacher für uns, uns vorbeizuschleichen. So, Chloe, wo bist du? Ich bin schon am Direktor vorbeigeschlichen. Boah, Alter, hör mal auf, Mädel. Ja, ich bin ein bisschen insensitiv. Chloe, ich habe gesehen, dass meine Freundin aus einer Ruf zu sehen ist. Ich glaube, du musst mich heute nicht pranken. Du bist immer auf mich, weil du nicht da bist für dich, aber... ist das wie du da bist für mich? Ich bin... Entschuldigung, Max. Ich... ich habe noch nicht gedacht. Ich... 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 Das war verdient wird schon... Ich... 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 sieh' ja... Und gre die Kynninnen, ев perto... Damit nicht. Herz shouldよし! Ja, ja... Soll doch기는 Melford von Tagant Markt! �이 Rauf! Aber... Du sagst nicht, dass es alles über die Chaos ist? Ich habe keine Kontrolle über dieses Chaos gesehen. Oh, genau. Except für deine Möglichkeit zu... Oh, ja. Manipulieren Zeit und Raum. Nein, Biggie. Chloe, ich fühle mich einfach an ein paar meiner Entscheidungen an. Especially nachdem ich Nathan ausgespelt habe. Mann, gar nicht so schützieren. Wir fokussieren uns auf die Antworten, okay? Genau. Für eine Sache, es gibt zu viel Coincidence zwischen Kate und Rachel. Wie Step Prick und Nathan Prescott? Nicht nur sie. Ja. Ich will nur den Schein aus diesen bestimmten Mann. Und obwohl ich sie nicht weiß... Es fühlt sich, dass Rachel uns auf die Wahrheit zeigt. Die Wahrheit ist. Ich will nur meine Freundin finden. Ich glaube, dass sie da sein können. Ich glaube, dass sie... Sie ist... Sie leben? Ich muss nachdenken, Chloe. Sie ist so stark, hier. Vielleicht zu viel Kraft. Max, wir müssen nach Rachel finden. Wir müssen. Ich versuche, wir werden. Wie du gesagt hast, es ist Zeit zu beginnen die Suche. Jetzt erzähl mir, was dein Geheimnis ist. Drumroll, bitte. Ich präsentere die Spare-Keys zu Blackwell. Danke, Step Prick. Du bist so ein Boss, Chloe. Ich will einfach nicht mehr in die Probleme kommen. Schau an die Probleme, die in Arcadia Bay fallen. An diesem Punkt, wer mehr verdient? Wir sind in es, um es zu gewinnen, Max. Leid den Weg. Ich bin so glücklich, dass du mein Partner im Krieg bist. So lange, dass du mein Partner im Zeitpunkt bist. Insetzen hier. Das ist Freundschaft, Leute. Das ist Freundschaft. Einfach krass, wie sie uns hilft, wie ich ihr helfe. Ich bin so glücklich, dass du ein Portfolio zusammenfasst hast. Ich hoffe, dass die restlichen Klasse folgen wird. Ich bin so, dass ich mich sehr verraten bin. Wie du wissen, es war kein Tag für Blackwell. Ich weiß, dass es ein grosser Tag ist. Und du kannst mit mir sprechen, Herr Jefferson. Vielen Dank, Viktoria. Ich denke, dass du ziemlich entschuldigt über Kate auch. Ich bin immer noch in Schock. Ich habe nie gesehen, dass jemand jemanden sterben. Ich bin wirklich interessiert über Katie. Katie? Ich habe keine Ahnung, dass du zwei so nahe waren. Sie hat sie? Na, wie ist das die Erwärmung der Erwärmung? Es geht nicht. Der Erwärmung ist immer noch ein Weg, und ich muss noch den gewinnen, um die Besten zu representieren zu Blackwell. Ich habe alle die Fotos, außer eine von Max. Ich gebe dir ein einzigartig, von Max's Fotos. Selfie. Listen. Du hast gesehen, meine Erwärmung. Du weißt, es ist besser als das. Wouldn't das so cool sein, wenn wir zusammen zusammen in San Francisco sind, Marc? Statt mit Mr. Jefferson, Viktoria, bitte. Und, äh... Ich habe noch nicht eine gewinnen. Du schon magst meine Arbeit, also nicht wie du spielst. Ich denke, wenn du meine Fotos wählst. Wir müssen viel Zeit zusammen spenden. Das wäre... Spaß, nicht wahr? Ich denke, dass du nicht so gesagt hast. Du kannst mich gerne wählen. Otherwise, ich könnte sagen, die Leute, dass du meine Fotos wählst, für ein favorit. oder so. Als ein favorit zu deinem Zukunft, ich will auch nicht das, dass ich das nicht beschädigte. Diese Gespräche ist offensichtlich, Frau Chase. Ich sage, dass du zurück nach deinem Dorf bist. Warte! Ich nur... Ich... ... ... Zwei Mädchen mitten in der Nacht, in einer riesigen College-Anlage. Oh, Alter, Schwiege, das wird gruselig. Boah, das ist aber auch verdammt gruselig hier, ey. Ich möchte nachts nicht hier so in so einer riesigen Schule laufen, wo kein Mensch ist. Beeil dich. Okay. Gucken wir mal. Unterlagen. Na, ganz bohr. Viel Müll natürlich. Noch mehr Akten. Die Akten der letzten zehn Jahre. Ja, und Zizi probiert das Schlüssel, der hat sie knüpfen und alles. Gucken wir mal, warum schluss ich nicht mit? Mein Plan heißt rausrennen. Warte. Nein, nein, nein. Stay. Wir brauchen Sie als Backup. Wir brauchen Sie als Backup. Just sende die Text-Instructions, jetzt. Ja, ich bin immer alle in, um mit Ihnen zu gehen. Danke für die Hoffnung. Perfekt. Ja, das ist so nett. Das ist so nett. Das ist so nett. Das ist so nett. Ich versuche nicht alle in Blackwell. Sorry, Max. Ich habe nichts. Was ist dein Plan? Ich werde es zusammenfassen. Kannst du hier bleiben und nicht getroffen werden? Ich werde auf der anderen Seite der Tür, bevor du, Lupin. Die Runde ist auf. Bis bald. Objekte finden Zucker, eine Dose Limo, Klebeband, Natriumchlorat. So machst du es. In die Dose füllst du Zucker. Okay. Okay. Erstens. Okay. Ist Natriumchlorat. Hier irgendwie Panzerband drum. Das Band da drum weg. Genau. Was ist das? Ach, das Klebeband. Okay. Und dann macht es Boom. Wow. Natriumchlorat. Ein Pulver zur Herstellung von Chlorolexi. Das weiß doch jeder. Probierst du das tatsächlich aus? Probieren ist das richtige Wort. Oh Gott. Ich verneige mich vor deinem Wissen. Okay. Vorsicht. So. So. Da ist die Dose Limo. So. Jetzt müssen wir überlegen. Was? Ich leide ja so an Vergesslichkeit. Wo ist er denn? So. Die Dose haben wir. Zucker. Klebeband. Und das Natriumchlorat. Noch ein bisschen Zucker und Klebeband. Okay. Es ist echt verdammt gruselig, wenn man hier kaum was sieht, Leute. Ja. Okay. Ich schwor. Okay. Jetzt schließfach. Okay. Okay. Your locker looks so lonely. Ja. Oh. Ja. Komm mal. Öffnen. Das ist wie eine Szene in einem Horrorfilm. Oh ja. Ich habe auch gerade Gänsehaut, weil ich nicht weiß, was uns erwartet. Die Wettbewerbsforschuss. Oh Kate. Even when you were sad, you tried to see the good in the world. Shit. Daniel's a better illustrator than photographer. Said Max, the art critic. Victoria. That is pretty fucking sweet. How can I hate somebody that shoots like that? Of course. Okay. I feel gross even looking at Nathan's work. But he does have some style. Okay. Suchen wir mal weiter. Wir müssen ja nur noch ein paar kleine bisschen Zucker. Ah, Klebeband. Perfekt. Sagt doch gerade. So. Das Klebeband hat auch. So, jetzt noch Zucker und Nahtum. You're halfway home, Max. Oh, was schreibt er denn? Noch da. Hast du dich in die Luft gesprengt, Max? Noch hier. Nicht in die Luft geflogen. Noch nicht. Ich muss mich konzentrieren. Merkt mich später. Und unser Papa meldet sich irgendwie gar nicht. Okay. Alter, ich bereite mich die ganze Zeit irgendwie darauf vor, dass irgendein, keine Ahnung, irgendwas hier um die Ecke kommt und mich völlig erschrecken möchte oder so. Das ist schon echt verdammt gruselig, ey. Boah. Nichts für mich, nichts für schwache Nerven. So. Ist hier der Genieraum irgendwo. Perfekt. Und hier werden wir auch das finden, was ich suche. Ein Krautvernichter. Gut, da haben wir es. Dann nehmen wir es. Es fällt wahrscheinlich eh runter. Ach ja. Ich dachte mir schon, sonst fällt es runter. Killer. Steht da drauf so. Zucker. Ich brauche Zucker. Ich glaube nicht, dass wir hier Zucker in dem Chemielabor finden werden, oder? Oh. Tatsache. Da ist doch noch Zucker. Nice. Oh. Zucker. Aber, was mich auch interessiert, sind... Jetzt ist es Zeit, nur ein B-? Warren hat meine Faith verletzt. Natürlich bin ich gar nicht die Wissenschaft. Praktische Chemie. B-. Puh. Geht ja noch. Es ist nicht schlecht. Aber es ist eigentlich das Beste. Aber ich meine... Er hilft uns auf jeden Fall mit seinem Wissen weiter. Und jetzt heißt es, wir werden eine kleine Bombe basteln. Aber nicht um einen... Aber wir werden jetzt kein... Nicht um einen Anschlag zu machen, sondern um eine Tür zu öffnen. Dass wir jetzt endlich bei dem Direktor ins Büro kommen. Wer weiß. Vielleicht hat sie ja auch schon die Tür offen. Ich hoffe nicht. Ja. Hat sie nicht. Aber ich hab sie jetzt gleich auf. So. Und jetzt bauen wir eine Rohrbombe. Geht das easy auf die Tür, Chloe. Let's try this instead. Boom. Literal. Ja! Moment, das Ganze zerstört! Mohohohohohohohoho. Das ist so cool! Bevor bereit, um die Scheiße zu schrauben. Das war so fucking cool! Was zur fuck? Oh, wir sind tot! Hier kommt das ganze Arcadia Bay Feuer- und Polis-Departement. Uh, so was sollen wir tun? Halt! Halt! Wir müssen irgendwas Belastendes finden. Gibt das so weit, dass ich... ... dass ich kann das... ... muss man die Zeit zurückdrehen? Es darf auf keinen Fall mich jemand erwischen. Hier ist auch nichts. Huh! Perfekt! Die Explosion hat nie stattgefunden und ich bin trotzdem in diesem Raum. Tja, krasse Scheiße, wa? Jetzt... ... gucken wir uns hier ganz genau um. Und wir entsperren die Tür. Und wir entsperren die Tür. Und wir entsperren die Tür. Oh, das ist Bullshit! Fuck you, Dorr! Willkommen in meinem Domain! Du bist magisch! Ich habe keine Ahnung, wie du da in die Hölle kamst. Aber du hast es geschafft, Sister! Die Firma, die ich stehe. Jetzt, wir finden was wir wollen und beat es. Meine powers nur so weit gehen. Man, ich kann sehen, warum der Prinzip locken dieses Raum. Fancy faux-art-crap. Sie müssen alle wissen, dass er Geld hat. Aber keine Ahnung. Sie müssen 말, wenn Sie immer noch einen Wie kann man jemandem, der eine riesige Branche ausfällt? Ich bin glücklich, dass ich mich verletzt bin. Wenn nur die Prinzipien hätte, Monnet oder Picasso, Sie hätte auch immer noch einen Blackwell. Sie werden mir. Ich mache mir. Ich werde die Papersen auf dieser Desseren. Okay, so if you're a few infrage do that, no? Okay, sure. It's ugly, but damn, is it a cozy chair. This is your chance to truly get all deductive and shit, Sherlock. Find us some clues about Rachel or Kate or Nathan. Anybody. I'm on the case. So, jetzt können wir mal gucken. Oh, er schreibt wieder. Hast du das Schloss gesprengt, Bombermax? Oh, bitte. Ich wollte nur dein exklusives Wissen testen und deinen unglaublichen Kunst bestaunen. Na dann. Gut, aber jetzt sind wir hier auf jeden Fall schon mal. Jetzt können wir auf jeden Fall alles erkunden. Und genau überprüfen. Wer weiß, vielleicht finden wir hier irgendeinen Hinweis. Okay. Das ist nicht wichtig. Ich suche was Wichtiges. Ah, Akten sind immer gut. So, Nathan Prescotts Dad is a bully too. Shocker. Weiß ja, das ist doch etwas Interessantes. Dr. Wells. In Anbetracht der schier unerhörten Anschuldigung gegen meinen Sohn und seiner Suspendierung erscheint es mir, als sollte meine großzügige Zuwendung an die Blackwood Academy auch suspendiert werden. Natürlich lässt sich diese Situation bereinigen, sobald Nathons Suspendierung mitsamt einer schriftlichen Entschuldigung aufgehoben ist. Zugegebenermaßen gibt es tragische Ereignisse bezüglich Missmarsch, Ihnen zu denken. Aber ich weise sie darauf hin, dass eine Absage der Party am Donnerstag der Anpackmentalität der Blackwood Academy widerspricht. Ich erwarte, dass sie ihre Entscheidung nochmals überdenken und zu derselben offensichtlichen Schlussfolgerung kommen. Nö. Und er schreibt den Scheiß nicht. Scheiß drauf. Das wird nicht gut. Humble Weeds. Schulakten. Das ist immer gut. Weird. This asshole has a spotless record. Das Arschloch hat eine weiße Weste. Echt jetzt? Schülerinformationen. Nathan Joshua Prescott. Durchschnitt 3,7 Zusammenfassung. Nathan Prescott sitzt mit hervorragenden akademischen Leistungen und einer Vielzahl an außerschulischen Aktivitäten. Die Arbeit mit der Obdachlosenstiftung von Acker Bay eingeschlossen. Das historische Erbe seiner Familie an der Blackwood Academy fort. Nathan ist bei Schülern wie Lehrern beliebt. Er ist ein stolzer Repräsentant Blackwoods. Okay. Natürlich hätte ich ihn. Max. Durchschnitt 2,8 Zusammenfassung. Max ist wie es vorzieht genannt zu werden. Ist eine ruhige, aufmerksame Schülerin mit großem Potenzial für Fotografie. Ihr Durchschnitt schwankt und sie hat anerkannt, dass sie sich verbessern muss. Ihre Lehrer bestätigen ihre stille Intelligenz, obwohl einige Beschwerden. Sie als zu nervös und neugierig beschreiben. Einige Fakultätsmitglieder würden gerne mehr Beteiligung und Selbstbewusstsein von Max sehen, andere weniger. Aber dies ist eine allgemeine Empfehlung für Schüler und nicht spezifisch. Aktualisierung. Trotz einer kürzlich erfolgten Konfrontation mit dem Sicherheitspersonal Blackwoods versucht Max erfolglos mit Schülerin Kate Marsh vom Sprung in ihren Tod vom Dach des Wohnhauses abzuhalten. Derzeit finden eine polizeiliche sowie eine schulinterne Untersuchung statt. Er hat aber Max Mut ist unbestritten. Ja. This file is going to be so spotless, I'll projectile vomit. Victoria Mason Case. Durchschnitt 3,9 Zusammenfassung. Victoria Case ist eine strahlende Repräsentantin der Blackwood Academy. Mit durchgehend hervorragenden Noten und außerschulischen Aktivitäten in ihrer Karriere Wunsch als Fotografin widerspiegeln. Die Fakultät lobt jedenfalls Victorias Arrangement für den Vortex Club sowie für andere Organisationen mit dem Geist und der Geschichte Blackwoods gewidmet. I have to make sure Warren doesn't have a criminal background. Man, oh ne 4, oh ho ho, siehe mal da. Warren ist als Paradebeispiel eines Schülers angesehen und repräsentiert, die exzellente wissenschaftliche Tradition Blackwoods er besitzt. Ein Redetalent, beispielsweise ein loses Mundwerk, je nach Lehrer. Manche beschuldigen ihn, wissenschaftliche Streichel zu spielen, aber dies konnte von seiner Wissenschaftslehrerin Mrs. Granton nicht bestätigt werden. Wir hoffen, Warren konzentriert sich auf seine akademische Vision und steuert weiter auf eine strahlende Zukunft zu. Okay. Da hat er. Nur zwei weitere Fälle, die zu gehen. Okay. Was haben wir hier noch? Rachel doesn't seem so troubled based on all this. But there's not much here about the police investigation. Rachel drawn Amber. Aktualisiert. Sie ist bei Schülern und Lehrern beliebt. und verfügt faktisch über die für Brackville-typische Qualifizierung für Stipendien und Führungspositionen. Ihre vielfältigen Ziele umfassen eine Karriere im Bereich des internationalen Rechts sowie als Modell. Es gibt kein Zweifel, dass sie all ihre Träume in Brackville als Angelpunkt verwirklichen wird. Dr. Wells, dieses laut Chris Rossi. Ich wollte sie wissen lassen, dass die Ermittlungen im Fall Rachel Amber von unseren Seitenoffizier beendet ist. Wir hoffen auf den einen magischen Hinweis, aber wir werden einmal bewahren. Akademie Bay ein Geheimnis. Wir halten Augen und Ohren weiterhin offen, aber können uns ab jetzt nicht mehr... Es können aber ab jetzt nicht mehr tun. Danke für all ihre Hilfe. Mann, Mann, Mann. Und... Oh, Chloe. Kann ich lesen. 1,7, ey. Das war aber besser. Zusammenfassung. Chloe Price ist eine Problemschülerin Brackvitz. Trotz der großen Bemühungen der Lehrerschaft und der Verwaltung sie akademisch zu leiten. Chloe erledigte sie in Hausaufgaben und ist zu oft angriffslustig gegenüber ihren Lehrern. Sie versuchte zahlreiche Störungen in der Klasse mit unangenehmen Kommentaren, vulgären Gesten, die gegen andere Schüler gerichtet waren. Sie wurde von kurzem von der Veranstaltung des Paarplatzes mit Graffiti suspendiert. Obwohl Chloe eine intelligente Schülerin mit Potenzial ist, verschwendet sie diese auf eine unbedeutende Rebellion gegen eine nicht der Schulpflicht unterliegenden Richtung. Aktualisierung. Chloe ist nicht länger eine Schülere Brackvitz, siehe Polizeibericht im Anhang. Schnappen wir uns die letzte Akte, Sherlock. Das wollte ich schon immer mal sagen. Whisky? Aha. Einen kleinen Alpi. So, haben wir jetzt die Akten. Okay, eine Akte brauche ich noch. Das ist die Akte von Kate. Wir können ja nicht mehr die Lampe anschalten. Ah, da ist die Tatsache. Im Dunkeln. So, jetzt haben wir auch Kate's Akte. Oh Gott, das lesen wir jetzt aber nicht noch alles durch. Das springt nachher den Rahmen. Obwohl, komm, wir nehmen's durch mit meinen nicht super professionellen Lesekünsten. Egal. Ich kann's aber nicht super gut lesen. Kate Marsh. Durchschnittlich 3,9. Kate Marsh ist eine der besten Schülerinnen der Blackwell Akademie. Ihr Durchschnitt ist durchweg hervorragend. Ihre Einstellung optimistisch und ihr Arbeitstier ruhig. Ihre außerschulischen Aktivitäten mit dem Essen auf Rädern Programm wurde von KB7 News gewürdigt. Und ihre vielfältige Gruppe für religiöse Studien war eine willkommene Ergänzung zu der breiten Auswahl an spirituellen von Schülern geleiteten Programm Blackwells. Sie verfügt ebenfalls über eine der besten Anwesenheitsquoten in der Geschichte der Schule. Direkter Wells. Als Krankenschwester der Akademie sollte sie sich informieren, dass Kate Marsh anscheinend vor kurzem ein emotionales oder psychisches Trauma erlitten hat. Ich sprach mit ihr und sie war aufgebracht, blieb aber vage und weigerte sich weiter mit mir zu reden. Ich denke, es ist wichtig, dass wir sie beim Auge behalten und sicherstellen, dass sie nicht, wie ich vermute, von anderen Schülern drangsaliert wird. Grüße an Marie Obaranchi. Aber derzeit überprüfen wir ein kontroverses Video, das angeblich Kate Marsh auf einer Party des Vortex Club zeigt und ohne ihr Wissen oder ein Verständnis ins Internet hochgeladen wurde. Sie behauptet, während einer Party ins Krankenhaus gebracht worden zu sein. Siehe Anhang des Dokumenten für Details. So, Chloe, jetzt reden wir. Sieh, ihr müsst ihr die Daten ab und schauen. Sieh, Nathan, die Rachel zu bringen, die Drogen auf der Kampus auf der Kampus und meine Step-Troll geht, weil er die Rachel zu denken, dass sie eine schlechte Influenz auf mich war. Arschlösen. If David is teaming up with Nathan Prescott, that's a bad sign. Nathan Prescott III. Ooh, he's so money. And you know the Prescotts dropped Major Bank to bury Nathan's real file. Look, it reads like a rap sheet. Bad grades, teacher complaints, secret probation. But I was expelled? At least Nathan was finally suspended. Check out that note. Open it. It's just some crazy drawing. It's not a drawing. Look, Rachel in the dark room, Rachel in the dark room. Over and over. That's it. That's fucked up. What does this even mean? Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Whoa, listen to this. David M. always asks what's going on in my head. David M. always helps me follow those he follows. It's pretty cryptic. No, it sounds like they form some sort of weird team, the super he bros. Jesus. David was stalking Kate, hassling me, and now we know he was all over Rachel, too. Oh, we are so going into his garage files. Plus, I'm getting a little paranoid in here. We got our info. Let's bail. But maybe we shouldn't leave without a gift. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. We should definitely get out of here. We pressed our luck enough. Hello. What have we here? Holy shit! Jackpot! Cha-ching! Wow, sir. That's a lot for the handicapped fund. Dude, there's $5,000 here. I could pay Frank back tonight. This will chill him out after our knife showdown yesterday. Ja, komm, nimm's mit. Scheiß drauf. Ich weiß. Ich weiß, das war jetzt vielleicht nicht die korrekteste Wahl, das Geld für die Behindertenkasse zu kriegen. Egal, ob wir uns mies fühlen. Das impish look scares me. Care for a midnight swim? The Blackwell pool is ours. Swimming? You want to take that risk now? It's been a cray week. We deserve a little mindless fun in the water. We're done for the night anyway. We're rich and nobody busted us. So? Splish splash? You're right. We hella deserve it. Splish splash. Ja, ich weiß, es war ja nicht richtig, das Geld der Behinderten da zu klauen für die Stiftung, aber wir brauchen Informationen und vielleicht ist alles, was wir hier gerade machen, für einen guten Zweck auf jeden Fall. Und ein bisschen Planschen ist ja sowieso drin. Ein bisschen Spaß muss schließlich auch am Ende noch sein. Es ist klang aber auch ein bisschen. Ich darf mal auf jeden Fall wissen.